Einen schönen guten Tag, hier ist mal wieder Nessi-Zock. Gut, meine Lebensmittel funktionieren jetzt. Wunderschön. Gut. Okay, dann aktiviere ich jetzt noch den zweiten Zug. Meine Jo. Aber da reicht die kleine Lok. Oh, doch so toll. Ja, die reicht erst mal. So, oh Güte. Ja, noch mal kurz ein bisschen warten. Doch, das darf doch nicht wahr sein, oder? Ach, komm. Habt ihr eben den Kredit zurückbezahlt? Jetzt muss ich doch wieder einen Kredit nehmen. Wollte jetzt gar nicht. Gut. Gut. Nee, nee. Okay. Jetzt mal hier. Letzt. Ich muss meinen alten, alten Zug nehmen. Was kommt denn jetzt? Sollen wir mitfahren? Oh ja, komm, wir fahren mal mit. Und hoffentlich funktioniert das wieder. Ich hoffe es. Joa, dann geht's mal wieder weiter. Den kriegt jetzt irgendwann Backbettbewerb. Lebensmittel. So, der muss kurz warten. So, und fährt weiter. Meine, wir sind ja schön. Habt ihr das gesehen? Da wollte ich schon Glück nicht in den Augen gehen. So, mal gucken. Mal schauen, wie wir das machen. Und dann gleich wieder weiter. Meine, wir sind ja schon einmal mitgefahren. Aber warum nicht? Boing. So. Dein kriegt jetzt Lebensmittel. Gut. Haben die dich hier gebaut? Ah ja, hier kommt irgendwann ein neuer Zug hin. Und dann müssen wir noch weitermachen. Gut. Das läuft jetzt. Warten wir noch ein bisschen ab hier. Lassen wir dich erst mal noch ein bisschen lauf hin. Wir gehen jetzt zum Güter. Äh. Ja. Sollen wir ja, das machen wir. Genau. Wir müssen jetzt die Linie noch ein bisschen verstärken. Wie diese hier. Und dann, das machen wir mal. Gut. Äh. Mal gucken, wenn wir hier schaffen. Ja. Kommen wir drüber? Kann ich schon mal langsam? Nein. Wir sind jetzt noch nix. Gut. Wir haben noch einmal hier weiter. Aber jetzt langsam zweitlässig ausführen. Sonst wird es irgendwann zu lahm, also ich will. Das wäre ja nicht so schön. Genau. Oh, hier muss ich eigentlich abbremsen. Ist egal. Müssen wir durch. Also, geht doch. Ich habe schon gedacht, es geht nicht. So. Ja, das muss auch verspüren. Aber wir müssen mal... Aber wir müssen mal... kommen wir mal hin. Na ja, noch fährst du verkehrt. Ich weiß. Komm, fahr mal hin. Ich weiß nicht, dass wir ein bisschen... Ich weiß nicht, dass wir ein bisschen... Ok Ja, macht Gegen-Signal, gut Machen wir hier einen Pappala Gut, wollen wir wieder weiter So Dann haben wir die hier auch verstärkt So Hier laufen noch ein bisschen die Kürtchen rum Wie immer So Hier ist die Haube Hier ist die Haube Hier ist die Haube Gut Stürzt du? Wo ist hier einer? Ach nee, oder? Okay, hier müssen wir gleich wieder... Sonst bau ich mich gleich hier wieder ein. Und da habe ich keinen Bock dazu. Oh, hier nehme ich mal einer hin. So. So, 2-Gleisig, gut. Okay, der sieht sehr gut aus. Gut, das haben wir jetzt auch gemacht. So, was haben wir tun? Wir machen jetzt den nochmal den Boden. Und der... Der muss jetzt ein bisschen verstärkt werden. Genau, machen wir schon den alten Tieren dazwischen. Das sieht so cool aus. Oder möchte ich irgendwie mal die Tieren? Ach, falsch? Nein. So. Schön, danke. So. Okay. Jetzt können wir nochmal ein kleiner Weibchen. So, cool. So, wunderbar. Jetzt können wir nochmal ein kleiner Weibchen. Und der Signal muss mich dort hier hin. Genau. Juhu, dann holen wir gleich eine Verstärkung. Ach, na toll. Gucke mal. Äh, nein. Nehmen wir noch die mit diesen hier nochmal. So, eins. Und jetzt war Gons. So. Fünf müssen reichen. So. Genau, ab nach Potsdam. Jut. Ah, wieder eine Rungenbahn. Jut. Jut. Hallo. Willkommen. I. So. Je pack Potsdam jetzt Verstärkung. Wo ist der andere Zug? Oh, der fährt da rein und dann fahren wir den mal wieder zurück. Ich kann ja schon die Leute da abholen. Genau, Potsdam, Fulda, Magdeburg, Union, wir gehen, schön. Ja, Berlin wächst und wächst. So, wir haben noch bisschen Zeit. So, der sieht gut aus. Ja. Okay, die sieht wunderbar aus. Jetzt funktioniert alles. Wie das soll. Aber jetzt zahlen wir mal ein bisschen Kredit nochmal wieder zurück. Jut, ähm. So, da ist die Stadt. Da ist diese Stadt, so haben wir die. Genau, die wird als Hamburg gemacht. Oder... Nee, die machen wir gar nicht. So, dann machen wir mal diese hier. Wie heißt denn die andere Stadt? So, dann machen wir die Stadt. Funga? Ähm. Mach mal, ähm. Wurzburg. Hier wird ein Wurzburg in. Genau. So. Ähm. Entschuldigung, ein bisschen länger da und tut bei mir. Ich mache immer mit der ... So, dann machen wir dich hin. Ja, ich wie es vorhin ... So, was haben wir dann für schöne Bahnhöfe? Ja, machen wir gleich acht Gleise ... Und den hoffen wir ... Das klappt hier. Ich denke, das klappt leider nicht. Das klappt hier auch nicht. Das klappt hier auf der anderen Seite. Ja, hier klappt es so schön. Ja, mit dem zweiten Anschluss, das ist schön. Aber ... Hm ... Wir müssen leider einen Kredit noch mal nehmen. Boah, jetzt reicht immer noch nicht. Ah, jetzt ... Zack. Jut. So, die Straßen ... Nein, die Straße ... So, machen wir ganz schnell ... Ähm ... Bus, Bus, Bus ... Hier. Oh, da kommt jetzt wirklich ein Bus jetzt hin. So. Oder können wir das doch machen? Ich wies das nicht. Nein, das geht nicht. Okay. Dann wird wirklich ein Bus gemacht. Gut. Dann wird jetzt die Strecke mal ein bisschen verlängert. Wir drehen mal ein bisschen um. Und ... Und ... Mal diesen hier. Jupp. Mittert ... Das Gleis hier. Genau. So. Okay. Okay. Dann kommen wir nach ... Fulda wieder zurück. Da ist mir schon eine Strecke. Es ist da hinzukommen, aber ... Züge kommen nächstes Mal. Das schaffe ich diesmal jetzt hier nicht. Ach, mein Spiel ... Es dauert jetzt ein bisschen. Bestimmt wieder Fahrzeugersatz wieder passiert. Warte mal. Ja ... Ja, schönen Dank. Ich kann ihn nicht befreit sein. Kein Geld. Ist gemein. Kommen wir mal schneller ... Kommen wir mal schneller ... Warte mal. Hey, hallo. Warte mal. Ui ... Na ... So, wunderbar. So, der Fulda muss auch ein bisschen verstärkt werden, das weiße Kätzchen. So, dann nehmen wir ganz schnell den Zug hier. Äh. So, wir machen den hier fest und versuchen wir nochmal... Nein. Oh oh. Ach du Scheiße. Das ist ein Unterschied von Files. So, wie sollen wir da runterkommen? Moment. Wir müssen die bisschen mal abreißen. Und dann mal sehen, wie wir es am besten machen dürfen. So. 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 Da muss ich extra hier so machen Ja Jetzt muss ich wieder ein bisschen warten, wie immer Ich gehe mal ein bisschen schneller Nein Ich muss wieder langsamer machen Das verstehe ich jetzt nicht Komm So Aber ich habe die falsche Brücke hin Ich bin so dumm Ich bin ja so dumm Nein Das ist eine Holzbrücke Nein Das ist die Steinbrücke Was bist du? Nein Dann nennen wir die Grüne So 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 Das ist die verdammte Kreuzung So Wo ist das? Ich muss die Straße füllen Und dann mal gucken Wir werden am besten machen Danke schön Spiel So Dann machen wir das hier wieder weg Oh ja Ja Gut Gut Müssen wir im Zug machen Gut Äh nein Dann lassen wir das so Nein Gut Dann lassen wir das so Okay Okay Da haben wir die Löcher verschwinden lassen Gut Gut Okay Gut Gut Dann schaffen wir das noch Aber leider keine Züge Wurf machen Das geht noch nicht Verweichen Und alles andere Können wir schon machen So So Schaffen wir das Nein Das schaffen wir nicht Das halten wir weiter Wunderbar So Machen wir gleich die Signale hin So Machen wir gleich hier ein Gehensignal hin So Machen wir hier einen Da hin So Auf der Glocke machen wir auch eins Halt Er hat einen Fehler gemacht Gut 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 Wir müssen uns ein bisschen ins Drehen Okay Jo dann machen wir hier mal eins hin Okay Okay Hier Jo Oh Dann machen wir das erste wieder weg Und hier brauchen wir jetzt hier ohne eine Weiche Nein Nein Wir bauen das hier Okay Wunderbar Gut Halt Gut Alles erklappt Genau So Machen wir das hier nochmal ein bisschen ordentlich Weil wir ordentlich machen können Jetzt vergessen wir das alles nachher Das wäre schade Ja Jetzt haben wir das Geld ja wieder Wie wäre es wenn wir hier ein Flight Team machen tun? Oh ja Mal gucken Am besten machen tun Nein 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 Nein. Ah, ja. Ah, was geht noch da? Hm. So, das ist ein bisschen zu groß. Ja. So, wir machen ein bisschen einzeln jetzt hier. So. 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 die bäume müssen hier weg die ein bisschen wird man aber bei mir hin Gut, später haben wir, ooooh, kommt hier jetzt schon, dann würden wir ein bisschen über Zug gehen. Gut, Leute, ja, sieht schön aus, so jetzt wollen wir uns zurück, um uns verabschieden können. Hallo, bei Fulda? Ach ja. Zug, Zug, ah, da ist ja noch ein Zug. Gut, mit dem kleinen Zug verabschieden wir uns, und das bestimmt voll bis oben hin, richtig. Gut, dann seid jetzt mit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Nessie Zuck. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.